ein kurzes servus leute ich habe ehrlich gesagt noch keine ahnung wo genau ich das hier einbauen werde aber wie ihr seht sind wir noch mal in dem bauch von unserem vieh ich habe mich noch mal ein bisschen genauer umgeguckt und da drin seht mal da drin ist büchlein also untersuchen wir das die arche sieht wieder so mitgenommen aus wie zuvor vielleicht hätte ich nicht ohne loki weiter ziehen sollen ja gut der ist ja auch verschluckt worden so also hauen wir ein bisschen auf dieser arche rum und das buch die arche wie nett vielleicht wird uns da endlich mal erklärt was genau das für ein teil ist gut ich werde das level noch mal zu ende machen um ein bisschen geld zu farmen und wir sehen uns dann wo auch immer ich dieses kleine ding hier andichte leute okay bei servus leute wir befinden uns in kapitel 8 wieder denn ich habe beschlossen wieder so einen kleinen schatzsucher part zu machen denn uns fehlt hier ein muskelsheim portal und eine hälfte und ein drittel der engels hymnen von der harmonische goldschmied und ja ihr habt richtig gehört uns fehlt nur ein drittel ich habe nachgeguckt und zum glück habe ich das getan denn ansonsten würde ich mir hier voll den wolf suchen in diesem kapitel hier gibt es nur zwei von drei teilen dieser goldplatte das heißt ich denke mal wir haben so ziemlich hexen herzen und bla und wenn überhaupt und wenn nicht dann interessiert mich das nicht so stark also wir suchen nach einer goldplatte und einem portal das ja okay okay da das ja hier alles ja ich will jetzt nicht sagen chronologisch ja es ist da das hier alles in der reihenfolge des levels an sich also im level fortschritt gemacht wird hallo zerberos ja okay ehrlich gesagt bringt viel sehr nett dass der kleine und so ein bisschen assist aber auch immer diese blöden und ist ja letztes spieler mich auch schon so abgefuckt leck mich am arsch so bang gut also das na komm kleiner mach noch ein so das erste portal muss pilsheim war hier das ist das erste das heißt hier nach kann alles mögliche kommen bis zu dem punkt naja gut wo halt nur mal das dritte ist logischerweise das heißt bis zu dem punkt werde ich das level spielen und hoffen dass ich das zweite noch irgendwo finde ähm ich hab nachgeguckt wo die ähm wo die zweite hälfte äh wo das zweite drittel der gold lp ist das habe ich mir das habe ich mir wie gesagt angeguckt habe aber keine ahnung wo das portal zum muss pilsheim ist aber ich denke mal nicht dass es hier unten irgendwo rumgammelt das war wäre zu nah dran hier habe ich auch wie sau alles untersucht kleine folter angreif komm geh kaputt und gib mir geld bang und dieser soundtrack ist immer so schön diese dämonen shotgun finde ich auch so nice ouch äh die kann ich auch guess what ich kann so einiges was ihr könnt exelent Folterangriff geht bam Und noch so eine Shotgun Gut Also, wie gesagt Ich gehe nicht davon aus, dass Hier irgendwo Wohl vielleicht da oben drauf Na komm Ne Also, da kommen wir auch nicht hoch Ups Da Ich will da Als Krähe Da oben drauf gucken Sieht aber auch nach nix aus Schön Keine Energie durch das Portal Schade Und er kriegt seine Kopfschmerzen Ja, das kennen wir ja schon Und wieder ein Witz Das ist so Uuuuund Dann nennen wir wieder unseren Golem Den machen wir nochmal eben platt Bang Ups Aua Ah, leck mich Du blödes Laser Showmist Wie ich ding sie Da Bla Kopierst meine schönen Angriffe Klick Klick Ey Was Blödes Teil Ey So Muss ich doch so ein Lutscher einsetzen Oder was Fick dich So Leute, geh kaputt. Bang! War's das? Schön, wir haben wieder über 100.000. Da kann man nicht was Tolles brauchen. So. Und, ähm. Können wir jetzt hier untersuchen. Lockhees, Kräfte haben das Portal geöffnet. Ich kann ihn von der anderen Seite rufen hören, da hilft nur eins. Augen zu und durch. Äh. Ja. Ich will dahinter. Ich will hinter dieses Portal. Scheint nicht zu gehen. Na. Na, gut. Schnappen wir uns das also beim zweiten Portal. Denn ich, äh, habe gelesen, wir sollen hinter das Portal springen. Wieso sind die sauer? Ach nein, die sind nicht sauer. Die haben... Du, du bist schuld. Ach ja, richtig. Und dich gibt's ja auch noch. Also, erst mal... Au! War's noch ein bisschen? Dann können wir jetzt einen schönen Polterangriff benutzen und sich platt machen. So ungefähr jetzt. Damit du Loot gibst. Damit du ganz viel Loot gibst. Dieses Armband rentiert sich. Das ist geil. Schönes Ding. Was ist das? Oh. Ich mag Engels Waffen. Zeug. Boah, haben wir viel von diesem Shit. Ich will genau... Nein, nein, nein. Da, das da. Das will ich. So eine Midas-Glocke will ich. So. Lolli. Damit hätten wir das. So, das ist uns ebenfalls Wayne. Gut. Ja, komm, drück das da rein. Also holen wir uns den Shit. Take care of this. Ja. Ein bisschen Geld ist ja nie verkehrt. Kennen wir schon. So, dann probieren wir das beim zweiten Portal aus. Die sieht immer so geladen aus, ey. So. Ach, sehr richtig. Wir müssen ja auch immer noch nach diesem blöden Muskelzeilenportal ausgucken. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist ein bisschen scheiße. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass das beides an einer Stelle rumgammelt. Das sei denn eventuell hier irgendwo. Wo? Hä? Ich? Da kann ich nicht... Warum kann ich da nicht drauf? Wahrscheinlich, weil da nichts ist, aber... Da oben scheint auch nichts drauf zu sein. Da, 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 da! Lolly. Wo ist der? Shit. Ah! Heute Angriff. Na, komm, schon. So geht das. Geh kaputt, gib mir Loot, halt die Fresse und sei glücklich. Geh kaputt, gib mir Loot, halt die Fresse und sei glücklich. So close. Na, dam, schon. Schön. Also, könnte ich jetzt eventuell... Ah ja, peng, peng. Ist es mir denn dann jetzt freundlicherweise gestattet? Oh, das ist doch diese tolle... Oh, oh, das ist cool. Okay, also ist es mir denn jetzt freundlicherweise gestattet? Da ballerst du doch jetzt... Du kommst doch... Da hinten sehe ich was. Da hinten sehe ich wirklich was. Jetzt habe ich's. Da ist unsere LP. Da ist das zweite Stückchen unserer LP. Sehr schön. Da mussten wir drumrum springen. Oh, Mann. Bam. Komm, einen habe ich noch. So, jetzt aber... Dang. Volterangriff. Immer so. So. Immer schön viel Loot. Gut, jetzt haben wir zumindest die LP. Ich, ähm... Hatte aber gehofft, dass das Muspelheim-Portal hier auch irgendwo gammelt. Äh... 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 Ist das kacke! Kacke! Nee, auch nicht. Shit. Nee. Nee. Hier ist... Hier ist unsichtbare Wand. Das hier ist natürlich schlecht. Durch das Wasser können wir auch nicht. Ja. Also erstmal hier jetzt zurück. Weg. Schön. Also hier rein gejumpt. So, ihr geht mir auf die Eier. Löhne Ponys! Ich wollte den Hammer... Folterangriff Versuch doch, versuch doch zu laufen Blödes Misty, ey So Zumindest ein Schild, wie süß Okay Das ist alles Schrott Und Bullshit Hey, ich will das da Haben wir hier auf dem Dach Irgendwo was Nope Nope Nope, nope, nope Nope, nope, nope Und so langsam Ah, hallo Danke Wenigstens die Krähe haben wir bekommen Und hier sehe ich aber nirgendwo Etwas Muspelsheim Technisches Das geht mir auf den Sack Das geht mir voll auf den Sack Warum nicht Hier habe ich beim letzten Mal auch schon alles abgesucht Wie Arsch Gut zugegeben Die Krähe habe ich natürlich übersehen Aber Fickt euch Ernsthaft Geil Quasi als Rosenfenster getarnt Geil Gut Das Geiles Versteck Obvious As shit Geil Okay Ah, noch so ein Ding Berühre nicht den Boden Sicher Besiege den Gegner Ohne den Boden zu berühren Das kriegen wir hin Das kriegen wir hin Dang Krähe 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 Der kann die auch kaputt machen Das habe ich gar nicht bedacht Aber Geschafft Sweet Sehr sweet Gut, damit hätten wir alles gekrallt Oh, reines Platin Hey So, damit hätten wir alles gekrallt Was ich wollte Sehr cool Okay Da wir jetzt Nichts Großartiges Mehr zu Machen Haben Hier Ganz einfach Ganz im Ernst Ich nehme einfach weiter auf Ähm Weil Äh Ne Vielleicht interessiert es euch ja Dass ich hier jetzt nochmal so diese blöden Äh Die komischen Teile Die erinnern mich wirklich an Matrix Ähm Also ja Ahnung Shit Shit Weil Äh Geld Und so Klick 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 Geld Wir lieben Geld Und äh Das ist auch toll Und äh Der gute Loki Der macht jetzt nur ein Portal So So Bisschen Schlängel Längel 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 Schlängel 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 Gut Das Ist das dritte Muskelzahlen Portal Ey Moment Was ist das hier Hallo Oh Glückchen Cool Dass ich Den Pfad Übersehen habe Beim ersten Mal Obwohl er so obvious war Das ist jetzt auch wieder hart Okay Und Dein Golem Hallo Wie süß das einfach ist Dass dieses Teil auf unserem Kopf Hockt Hat es das schon niemal getan Während wir Während er in unserem Ausschnitt saß Und wir dann den Panther angemacht haben Ich weiß es gar nicht Alter Wie krank ist dieser Golem unterwegs Kaputtes Teil So Pain Autsch du blödes Teil 1 2 Kick Feuer Und alles Und alles Yo Die CZ sind so cool Ich kann sie glaube ich Immer noch nicht aussprechen Ich habe schon Ich habe den Namen Ehrlich gesagt Also die Schreibweise Irgendwie wieder eingebüßt Wenn ich sie jetzt sehe Kann ich sie glaube ich Wieder so toll aussprechen Wie das letzte Mal Aber Wow Alles klar Gut Damit habe ich jetzt auch Dann wieder das Finale Konzept Ersonnen Wie ich diese Parts Hochlade Also einmal Also ja Ich werde das machen Wie beim letzten Schatzsucher Part Ich werde ihn Ich werde den Den wir hier gerade sehen Also dann 4 von 3 Nennen Die dritte einmal Gerade sehr schön Gegen So das heißt Teil 1 Und Teil 2 Von 3 Und Ne Und bla Aber ehrlich gesagt Interessiert euch das alles nicht Weil Das ist der vierte Teil Und Wait Das heißt ihr Kennt das Konzept schon Oder kanntet es schon Jetzt Wenn ich das jetzt Ihr wisst was ich meine So Äh Ähm Nein So 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 Also alles klar Damit wären wir wieder Komplett up to date Und können uns dann Kapitel 9 angucken Morgen Wie schön Mehr wollte ich doch gar nicht Das ist doch super geil Super geil Okay Alles klar Liken Kommentieren Abonnieren Wenn ich dann doch Herzlichst bitten darf Ansonsten Gibt's keine weiteren Tee Partys mehr Also Bis morgen